Und du kannst außen sitzen, natürlich sind überall Mädels. Und ich werde vor allem auch mal zeigen, was ich nachts hier schon Verrücktes erlebt habe. Und ich habe hier schon Dinge erlebt, die werde ich nie vergessen. Und dann wurde es plötzlich ernst. Und da würde ich gern von euch wissen, wie hättet ihr euch denn entschieden? Wenn ihr denkt an Party in Phuket, dann denkt ihr an Patong. Wenn ihr an Patong denkt, denkt ihr an Bangla Road. Aber ich zeige euch heute mal eine Alternative dazu, da wo ich schon wirklich verrückte Sachen erlebt habe. Also seid gespannt, ich nehme euch mit zum Ottop heute. Ottop Market, da gibt es auch einen super Barbereich, da gibt es abends, da geht es einfach ab, meine Freunde. Also das ist nach der Bangla Road, ist Ottop auf jeden Fall der Place to be in Patong nachts. Ottop Market hat 19-jähriges Bestehen am 29. September gab, 2023, also erst vor kurzem. Gibt es seit 19 Jahren. Ist natürlich ein Fruchtmarkt, gibt es natürlich viel zum Essen auch, gibt es viele Souvenirartikel, Kleidung zu kaufen. Aber es gibt auch die Nightlife-Szene und die möchte ich heute mal in dem Video besser eräutern. Los geht's! Damit ihr Ottop besser findet, meine Freunde. Gleich da vorne ist das Hardrock-Café Patong. Da geht ihr einfach die Seitenstraße rein, 90 Grad aufs Hardrock-Café. Hier Ottop. Und hier habt ihr einfach eine unglaublich große Anzahl von, ich sag einfach mal, Girly-Bars. Das ist ja tatsächlich so. Also das sind alles Pilz-Bars, wo aussehen wie ein Pilz, so wie die hier. Und du kannst außen sitzen, natürlich sind überall Mädels, da stehen sie schon. Also da hast du keine Ahnung, 30 solche Bars, wenn du mal guckst. Es ist natürlich jetzt Tageszeit, das heißt, jetzt erkennt man noch nicht so viel. Und ich werde vor allem auch mal zeigen, was ich nachts hier schon Verrücktes erlebt habe. Und ich habe hier schon Dinge erlebt, die werde ich nie vergessen. Das ist ja einfach diese Pilz-Bars ohne Ende, meine Freunde. Also hier ist Party am Abend, könnt ihr herkommen. Ist für mich eine gute Alternative. Ist nicht ganz so teuer wie an der Bangla oder an der Beachroad. So ein Bierchen, 90 Grad, auch gegen Mitternacht noch. Jetzt ist es natürlich am Tag, jetzt geht noch nicht so viel ab. Natürlich hier und da hocken überall irgendwelche Mädels drin und irgendwo ein paar Typen auch. Aber in Summe geht es hier natürlich erst, wenn die Sonne untergegangen ist, ab. Und wenn es dunkel wird, meine Freunde, ist ja auch alles voll. Also da hocken überall Leute. Oh top einfach. Und das ist so der typische Aufbau der Bars. Du hast im Endeffekt immer den Pilz oben, der dich schützt vor Sonne und vor Regen. Und außen einfach die Barhocker in einer runden Bar. Und davon hast du ungefähr 25 Stück oder 30 Stück. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gezählt. Ohne Ende. Also hier müssen wir herkommen. Ist auch ein ganz gutes Nightlife. Pardon. Ja, heute ist eben ein regnerischer Tag ein bisschen gewesen. Deswegen sind die Billardtische noch abgedeckt. Aber am Abend kannst du hier schön spielen, wenn es nicht regnet. Ja, bei dem Ring de Belle, da möchte ich mir jetzt mal ganz kurz reingrätschen. Da müsst ihr unglaublich aufpassen. Also das ist jetzt mal ein ganz kurzer O-Top-Tipp von mir. A, O-Top müsst ihr extrem aufpassen eben mit dem Bier. Da wird abgezockt ohne Ende. Also ich will jetzt da keinen Barbetreiber, aber ich weiß, dass die meisten Barbetreiber verlangt sind. Ich will jetzt da keinen in irgendeiner Art und Weise zu nahe treten. Ja, und wahrscheinlich ist auch nicht jeder so. Aber ich sage euch, uns ist es fast jedes Mal passiert, wenn wir da drin waren, dass am Schluss die Anzahl der Biere nicht gestimmt hat auf der Rechnung einfach am Schluss. Da kommen dann einfach mal 5, 6 Bier mehr dazu. Also so viel, dass es dir auffällt. Nicht nur ein oder zwei. Da würde es vielleicht nicht auffallen. Aber O-Top ist dafür bekannt, wenn man sich so ein bisschen umhört bei den Leuten in Parton. Dann ist O-Top bekannt. Pass drauf auf. Zahl am besten jedes Bier einzeln. Sonst da vermeidest du einfach Stress. Und dieses Ring de Belle funktioniert dann auch so. Du sitzt mit deinen Leuten oder mit deiner Frau oder wie auch immer sitzt du in so einer Bar und dann läutet eine Bedienstete oder ein Bediensteter von der Bar, läutet de Belle. Und das bedeutet für jeden eine Schnapsrunde. Dann kriegst du natürlich auch einen Schnaps hin und deine Begleitung auch einen Schnaps. Du trinkst den, bedankst dich, okay, alles cool. 5 Minuten später wieder Ring de Belle. Und sie stellen dir wieder einen Schnaps hin. Und ab dem Moment wird erwartet, dass du Ring de Belle machst. Und einmal Ring de Belle ist 1000 Watt. Das bedeutet, was kostet so ein kleiner Schnaps? Also der kostet gar nichts. Und das ist im Endeffekt halt auch, ja, eigentlich ein Unterdrucksetzen. Und in einer gewissen Art und Weise ist es auch ein Scan. Und natürlich wirst du auch, wenn du dann sagst, ja, Leute, aber irgendwie, ich will das gar nicht. Da bist du in so einer ganz komischen Bredouille. Da wo du einfach sagst, okay, einmal mache ich es jetzt auch. Und dann ist natürlich schon Tausender verdient. Also nochmal nicht falsch verstehen. Die Leute müssen natürlich auch überleben. Die Leute haben da Bars. Und da muss man über die Runden kommen. Gar keine Frage. Aber ob man das halt mit solchen Tricks und Mitteln machen sollte, bezweifle ich. Das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Passt ein bisschen auf mit Ring de Belle und so. In der Bar habe ich zum Beispiel meinen Chang-Tisch, also meinen Stefan-Chang-Community-Stammtisch gefeiert. Good Boy Bar. Und da blende ich euch jetzt was ein. Und was da passiert ist, meine Freunde, ist unvergesslich, garantiere ich euch. Und jetzt sind wir an dem Part von dem Video, wo es um den Chang-Tisch geht. Das heißt, ich mache ja alle paar Monate mal oder immer, wenn es mal reinpasst, einen Stammtisch haben wir. Und da nehme ich euch mit natürlich, wo haben wir den gemacht? Ganz klar, im Othop. Seid gespannt, was da passiert ist. Ja, meine Freunde, jetzt geht's los. Chang-Tisch Phuket Patong Othop. Joe-F�nt Othop. Der ist der erste, genau. Wie der Martin? Wie der Martin? Ja, und da muss ich nochmal kurz reingehen. Denn ab dann nahm der Abend eine, ich sag mal, eine grobe Wende. Eine unvorhersehbare Wende. Und jetzt sagt ihr mir bitte, was hättet ihr gemacht? Hättet ihr es gemacht? Oder hättet ihr gesagt, nee, ich bin da raus. Also, wir haben hier Dennis. Und Dennis hat eine unglaubliche, verrückte Idee, wo ich natürlich absolut sofort dabei bin. Dennis, sag mal, was hast du für eine Idee? Wir machen ein Tattoo-Jung. Machen wir das in der thailändischen Schrift auf der Flasche, oder wie? Auf alle Fälle, ja. Natürlich. Da bin ich aber mal gespannt. Also meine Freunde, schaut mal. Hier ist der Chunk-Tisch. Hier, schaut mal. Und hier lassen wir uns jetzt tätowieren. Und jetzt ist die Conny dran. New one, new, new, new one. Yes. Professionell. Yes. Dennis ist der Nächste. Dennis, was geht ab? Ein Tattoo. Ciao. Das ist auf jeden Fall das Verrückteste, was wir bis jetzt in Parton gemacht haben. Also, das kann man so sagen. Okay, bei Taki, das muss man natürlich verstehen, ihr tut es schon weh, wenn nur die Vorlage aufgeklebt wird. Bei Taki ist schon eigentlich Vollnarkose angesagt, wenn sie nur ein Pflaster abzieht. Und das sieht bei ihr so aus. Taki, Taki, Taki. Wuhu. Darm. 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 Wuhu. Warte mal kurz. Die Frage der Fragen. Ist es dein erstes Tattoo? Ist es dein erstes Tattoo? Allererstes. Das allererste? Nein. Chang. Harry, wie war es? Angenehm. Member. Machst du wieder mein Tattoo? Mit Sicherheit. Stark. Sehr, sehr cool. Es war super schön, schön und vielen lieben Dank natürlich an jeden, der dabei war und auch der, wo Bock hat aufs nächste Mal. Ihr seid immer willkommen und keine Sorge, ihr müsst euch nicht unbedingt tätowieren lassen. Also, wenn ihr Bock habt, dann können wir das gerne nochmal machen, sowas. Aber es ist natürlich kein Muss und wir haben uns super unterhalten, haben wirklich viel gelacht, hatten eine schöne Zeit nochmal. Vielen lieben Dank an jeder, der dabei war. Es war top. Mich freut es immer natürlich, euch in echt kennenzulernen. Und da ist natürlich so ein Stammtisch immer ganz nice. Und es wird natürlich wieder einen geben. Ich werde den aber natürlich auch früh genug ankündigen. Und der Bock hat, kommt einfach vorbei. Wenn ihr im Ottob schon mal wart, was ihr da erlebt habt, schreibt mir mal einen kleinen Kommentar darunter, ob ihr es gut findet oder nicht, ob ihr beim Tätowieren dabei gewesen werdet oder nicht. Ich möchte alles von euch wissen. Ihr wisst, wie es ist, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. Euer Stefan. Euer Stefan.